Willkommen zu Frequent Traveller TV, heute auch wieder von der Insel. Hinter mir seht ihr das Haus, in dem ich übernachte und hier die Tire Tage, hätte ich fast gesagt, es ist ja Mittsommer, verbringen. Das Gesicht können wir auch noch ein bisschen größer machen, gucken wir mal, dass das geht. Ihr wisst ja, ich bringe euch immer wieder eine Themenvorschau. Versucht das mal jetzt konsistent jeden Tag zu machen, mal gucken, wie lange das hält. Aber auf jeden Fall die Sendung um 19 Uhr, die heute auch wieder für euch frisch gepresst wird, ist in Vorbereitung. Themen, die ich bis jetzt vorbereitet habe, sind Lufthansa-Fluggesellschaften, aber auch andere in Europa, sind wegen Greenwashing, ja, ich sag jetzt mal verklagt worden. Also ich denke mal, dass der Verbraucherschutz da was machen wird und es ist ja auch nicht das erste Mal. Dann geht es weiter mit Lufthansa. Und zwar Lufthansa hat gestern richtig viel zu kämpfen gehabt in München zum Beispiel. Ein Flug ist zweimal umgeleitet worden, da werden wir näher drauf eingehen. Auch Portugal hat sich zum Thema TAP geäußert, heißt also man hat jetzt Bedingungen für die Priorisierung gestellt. Bin ich mal gespannt, ob das noch für Lufthansa interessant ist. Aber wir haben ja gemerkt, mit ITA, da ist man ja fast verhandlungsbereit gewesen, dass man eigentlich alle Grundsätze über Bord wirft. Aber schauen wir weiter. Dann haben wir vom Luftfahrtbundesamt oder beziehungsweise für Fluguntersuchungen die ersten Berichte bekommen, warum der Condor-Flug so ein Thema war bei Mauritius. Was die Fehler der Crew vielleicht waren oder auch nicht. Was ist beim BFU los? Gott sei Dank ist hier in Deutschland kein Knast für sowas. Dann haben wir natürlich noch mal ein Statusmatch. Gestern so mein Marriott Bonvoy E-Mail-Fach aufgemacht, weil ich auch für jede Fluggesellschaft, aber auch für jedes Meilenprogramm eine eigene E-Mail-Adresse habe. Wenn man mal gucken kann, wer irgendwie da ein Problem hat, dann weiter geguckt und festgestellt, hey, wer ein Titanium hat, wer ein Ambassador hat oder aber auch ein Platinum hat, da kriegt man einen beherzten Statusmatch. Geiler Scheiß, oder? Und last but not least habe ich für euch noch einen Deal, so ein Deal mitgebracht und zwar Lufthansa First Class von irgendwo nach Bangkok 3.399 Euro. Irgendwo ist Budapest. Aber heute Abend in der Sendung mehr dazu. Ich mache mich dann mal weiter auf. Hier wird jetzt wieder Rasen gemäht. Also bis heute Abend 19 Uhr. Denkt dran, Kanal abonnieren, Glocke, Like, kommentieren, Kanalmitgliedschaft. Also bis dann. Ciao.